kenne ich nicht aber mach mal du kennst little misfortune nicht warst du letztes mal nicht dabei wo ich das gespielt hatte meinung du warst dabei das ist aber halt auch schon ein jahr her fast der zweite run mit euren entscheidungen stand ja sowieso schon an schon länger aber ist herum fuchteln und ich bin hier sofort bereit dabei na ja eventuell aber nur so nebenbei ist ja nicht so schlimm ist ja alles gut so denn machen wir ein neues spiel oder bist du sicher dass du deinen spielstand überschreiben willst ja wir fangen noch mal ganz von vorne an so Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich muss mal ganz kurz Pause machen, weil ich sehe gerade, dadurch, dass wir letztens Genshin gespielt haben, ist das Bild noch ein bisschen nicht ganz richtig. Und unten sind die Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, aber danke, dass du nicht warst, wovor wir oder Among Us spielst, so wie alle, wirklich alle anderen. Ja, oder ist das Squidward Hala? Das ist ja aktuell auch sehr am Trend mit den anderen zwei Spielen. Es ist auch so, ich kann die Sachen auch nicht mehr sehen und so. Und ich bin ehrlich, das ist für mich nichts für ein Streamen, so. Das passt bei mir hier nicht so rein. In meine kleine Story-Indie-Welt, so, das ist so. Ja, eure erste Entscheidung. Was machen wir mit dem Malbuch? Nehmen wir das Malbuch mit oder lassen es hier für Babsi? Babsi ist der süße Teddybär da, den ihr gerade nicht seht, weil ich davor bin. Finde es bis auf Assassin's Creed auch todlangweilig. Nimm mit. Was ist noch der Rest? Mitnehmen oder hier lassen? Nimm, okay. Zweifel, nimm. Dann nimm was mit. I'm gonna take it with me, if I get bored, okay? This is Babsi, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. So. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back. Genau. My glitter. Gut, das konnte ich jetzt nicht entscheiden, dass wir den mitnehmen oder nicht, ja? Glitter! Wee! Wee! Ihr Scheid ungedauert. Ihr Scheid ungedauert. Dann könntest du das. Okay. Ich schieße... Nehmen wir das Einhorn mit oder den Stein? Ich kann es sagen, ich glaube, in dem Durchlauf davor, den wir gemacht hatten, hatten wir den Stein. Einhorn? Ernsthaft, willst du mich ernsthaft mit einem Einhorn bestrafen? Verstehe ich die Frage nicht. Einhorn ist doch klar. Oh Gott. Ich hasse euch jetzt schon. Okay, wir nehmen das Einhorn mit. Oh Gott, wie es aussieht. Es ist ja, dass es gerade frisch aus der Hölle kommt. Okay. 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 so jetzt geht es mit den drogen los oder was heißt so wie das einhorn aussieht ich weiß gar nicht ob wir können wir auch die vase einfach kaputt lassen wenn ja soll ich es ausprobieren nur sollen wir die reparieren weil ich weiß nicht ob es geht oder nicht aber es wäre der versuch welche vase keine ahnung ist das steht doch keine mehr ich weiß gar nicht was du meinst phase das muss so wie die base war schon so wenn es sowas gibt es gibt glaube ich zwei verschiedene enden und das eine hatten wir halt schon aber ich glaube so 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 ein richtig doll unterschied die gab es da gar nicht oh das rabe ist again when will daddy lerna like them alive so sagen wir unserer nur die bescheid dass wir gehen oder nicht ungefähr ungefähr nein nur einfach raus ok wir gehen einfach seid aber auch gemein mir gefällt die richtung in die das geht ich weiß mich nicht Yup ich Para auch füh Hen dass ich und ich released ich Das Pum riecht wie ein Toilett, weil ich auf dem Pumpe. Das ist wunderschön. Nicht so wunderschön als wenn mein Vater in dem Pumpe. Das war wunderschön. Das ist, wo der Vater oft flippt. Vater? Oh. Da oben ist rüber der Katzenherz. Ah, jetzt. Komm, 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 Komm. Kira, Kira. Kira, Kira, Kira. Kira, dann geht's! Dammit, I never get to bed. So, before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, Schrozen? There is no right or wrong. Only consequences. Okay, okay. Only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. All right. I can do that. Look to the left. Look to the right. Any cars? No. Okay, I'm going. Oh. Cool. I don't know. Oh, I think she'll be beaten. Yeah, the cat is a description of the Entwickler Studio. Oh, which you also see on the background of the shirt. Oh, there. Oh, there. Oh, there. There you see. Oh, there's this cat that's so high. And this is the logo of the Entwickler. Kill Monday. Nee, heißen die. Ja, tatsächlich, ja. Einfach Glitzer drauf. Das geht schon so. Ja, müde. Ja, ja, der ist nur müde. Genau. Creepy Erzähler. Ja, der Erzähler ist ja top. Ich liebe den. Ich finde ihn so gut. Ja, ich bin so gut. Die hat auch unendlich glitzert. Gefühlt schon. Ich will auch gar nicht wissen, wo sie den immer herholt. Oh, ich habe ein kleines Sparkel da hinten benutzt. Anyway. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Verbrannte Einhörner. Wer weiß. Wer weiß. Ach so, ähm, Steve äh, kennst du Fran Bow? Eventuell. Ist vom selben Entwicklerstudio. Das hat auch so einen leicht creepy Touch. Die nächste Entscheidung. Was machen wir mit dem Hühnchen? Spielen wir mit ihm oder lassen wir ihn frei? Die Frage kannst du dir selber beantworten? Okay, anscheinend nicht. Aber ist auch ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist ein bisschen, ich glaube, das war eher so point and click mäßig. Und das hier ist ja nicht so. Weg mit dem. Freilassen. Freiheit für Hunde. Okay. Ihr seid euch aber auch beide immer einig, ne? Ist schlimm. Ja. Warum nicht? Es ist einfach ein bisschen weit entfernt. Komm, Papi. Los geht's party. Oh, Papi. Ich bin petting dich. Warum du mich liebst? Du möchtest mich? Du möchtest mich? Okay. Okay. Der ist schon hässlich mit seinen komischen Augen. Ja, du sagst mich. Wie viele kommen die sind. Er sagt, es hat nichts zu machen. Oh, wirklich? Oh, nein. Ich bin auf Doogie-Do. Eeeh. W System. Womit. Womit. Geil, aber was ist los mit euch? Besser Moment bisher. Auf der anderen Seite dieser Lake, du wirst einen Schritt näher, zu dem Preis der eternalen Glückwunsch. Und die Party, richtig? Ah, ja, das auch. Sweet, wir gehen dann. Komm schon, Papi! Papi, was hast du gemacht? Hast du ein treasured? Du hast gefunden, das segreste der beach. Die beach hat ein segreste? Ja, lass uns schauen. Mach eine Durchsage. Säuberung, bitte! In Gangpi! Eine für mich und eine für Papi. Ist das perfekt? Ja, aber du kannst nur einen nehmen. Ein Kuchen für dich oder ein Kuchen für den Hund. Und eure nächste Entscheidung, nehmen wir den Glückskeks für uns oder geben wir dem Hund ein Leckerli? Keks! Alles für den Hund. Okay, jetzt müsst ihr euch prügeln. Okay, Hund. Okay, dann gehen wir dem Hund ein Leckerli. Ich nehme den Hund ein Leckerli. Ich nehme den Hund ein Leckerli. Und benutze ihn, um den Hund ein Leckerli zu machen. Scherz auf das Kind! Ein Alter! Ich nehme den Hund ein Leckerli. Es ist ein Leckerli. Es ist ein Leckerli. Es ist ein Leckerli. Ich nehme den Hund ein Leckerli. Warum hat jeder mich verlassen? Ich bin noch hier. Ja, das ist wahr. Danke. Ja. Was? Okay. Ich nehme den Partyhut als Symbol unserer Freundschaft, Papi-Dogi. Das kam irgendwie, oder? Das ganze Spiel ist so. Man kann nie wissen, was passiert. Das ist schrecklich. Ja, ich habe fast sterben. Um, okay. Und eure nächste Entscheidung, wirst du George von dem Unfall mit dem Hündchen erzählen, ja oder nein? Erzählen wir es ihm, dass das Hündchen vom Krähen weggetragen wurde, oder? Nope. Okay. Wir wissen von nichts, genau. Welcher Hund? Wir haben nichts gemacht. Keine Ahnung, wovon er geredet hat. Oh, ein Fisch! Was sollten wir damit machen? Nehmen wir den Fisch mit, oder lassen wir ihn frei? Nimm mit! Nimm! Okay, nimm mal den mit. Geil, erstmal so einen Fisch in die Tasche stecken, der noch lebt. His name is Rodrigo, and he needs a new place to stay. Der sieht auch sehr glücklich aus. I wonder if Rodrigo has heard about sushi. It's like Rodrigo, but in tiny pieces, you know. Happy life. Ja, so fühlt er sich, glaube ich. And here we are, the house of George. I'm a bit nervous about introducing myself. You'll do fine. Just don't mention the puppy, like we discussed earlier. Yes, okay. I'll just dance. Klopfen oder klingeln? Nächste Entscheidung. Ja, das Spiel ist voller Entscheidungen. Klingeln. Klingeln. Das penetrante als klopfen. Ich sag ja, ihr seid doch nicht bei dir echt immer einig, ne? Nobody is answering. I'll invite myself in. Time to check out the party. I saw a man who was floating in the lake. Just like this fishing. Hm. Schade, kann ich nicht mit Lize bewerfen. Ah, what a nice picture. I wish I had a picture like this with my mommy and daddy. Ah, what a nice picture. I wish I had a picture like... Sorry, das hatten wir schon. Ähm. Hi. Bye. What is it, Miss Fortune? Nothing. Are you sure this is the right house? Where is the party? Hello. Excuse me. Are you George? I don't know anything about any puppy, but it was promised a party. Oh no, wait. It looks like he hung himself. Hung himself? Like a piñata? Should I hit him like a piñata? Should I hit him like a piñata? He's dead. Dead? But he's wearing a pair of sweet boots. He can't be dead. Oh. Okay. Nimm die Schuhe. I think this party's over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know? Now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. I can't take the Schuhe. Dad, happiness to George, the piñata. George, the piñata. Okay, I'm here now. Let's go into the woods and get that eternal happiness. Yes. I love the woods with the trees and the birds and the animals. Dangerous animals, Miss Fortune. You might run into a fox. A fox? Like Benjamin? Yes. But all foxes are evil. So keep your eyes open. Oh. Alright. So keep your eyes open. Armer George. Hund weg und er tot. Aber ich glaube, er hat den Hund da vorher angebunden, ne? Bevor er das gemacht hat. Glaube ich. Warum auch immer der Hund einen Partyhut auf hatte, aber... Oh. What's this? A doll? Everything begins with the song of a jackdaw. Alright. Hmm. Interesting. I'll keep it. Hey. What do you have there? Nothing. Stay back, Miss Fortune. What is it? A wild, dangerous fox. Wait. I recognize that black tail. It's Benjamin. It doesn't matter. Attack it before it kills you. Nah. I don't think Benjamin will kill me. Hello. Is your name Benjamin? Do you want to play with me? Oh, no! Don't go! Oh. Phew. What a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. Okay. There's a magical cave nearby. You need to find it. A magical cave? Okay. It looks like Benjamin likes to paint. That's pretty cool. I like fighting my fox. Focus, Miss Fortune. We need to keep going. Oh, okay. Yeah. Magische Höhle, ne? Oh, is this the magical cave? It doesn't look bad magical. Just wait until you go inside. Oh, I like the sound of that. I have a question. What does this sign mean? Oh, I don't know. Sparkles? Ah, cool. So. Whenever you're ready. Bestimmt Glitzer. Okay. Hier kann ich euch verraten. Wenn ich im Wald bleibe, passiert nichts. Also wir müssen schon in die Höhle gehen. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Also braucht er das nicht entscheiden, sondern wir gehen in die Höhle. Ich nehme euch diese Entscheidung jetzt ab. Langweilig. Ja, im Wald können wir halt nicht bleiben. Da passiert halt nichts mehr so. Oh, I can't wait until I can fly. Das wäre auch lustig. Aber gleich könnte ich wieder entscheiden. This cave is huge. Echo. Well, let's explore the cave. Okay. 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 I'm just joking. There was no echo. It was me. You're a real comedian, Miss Fortune. Thank you. What was that? Beep, beep. What? Did I miss something? I'm not sure. A little facepalm. What's this? A hamster party? A magical hamster party. I know you love parties. Magmush. What do I? Can we go inside? I don't know. Let's go find out. Nudes. Genau. Oh, hamster fight. Are you going to do something about it? Die Gewalt zwischen den Hamstern beenden? Ja oder nein? Nö. Okay. Okay. Lass die kloppen. Okay. Lass die kloppen. Okay. Ketchup. Ketchup. Natürlich. Nimm es besser und stich die alle ab. Ich kann es leider nicht nehmen. Ich kann es leider nicht nehmen. Ich kann es leider nicht nehmen. Hier. Ploppt nichts auf. Oh, das sind die Dinge? Vielleicht sollte ich versuchen. So kann ich den Hügel frischen. Ich bin ein bisschen Frau, du kennst. Oh, das ist das. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich bin ein bisschen Frau, du kennst. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Okay. 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 Oh, sie hat schon wieder gekotzt. Wir müssen sie in der Mitte finden. Ich habe die Frau aus dem Motto. Ich glaube, sie ist in der Fall. Ich glaube, sie ist in der Fall. Oh nein, ich glaube, ich weiß sie. Sie ist der Mann. Sie ist der Mann. Really? Yes. Looks like she was robbed. Oh, I bet it was that hamster with the black mouth. Yes, you're right. Excuse me. I think I have your purse. Go easy on the mints though. I tried one and it was a wild ride. Is that for me? What is it? Live new hamsters. VIP. Yeah, we got a VIP ticket. That's your reward for returning the bag. A VIP ticket for the club. I get to party inside the club. Yes, and one step closer to the eternal happiness. That's a wing wing for me. Yeah, I can't do anything else. Nice. Now it's over. I just wanted to go to the club. I just wanted to go to the club. I like it. Finally, a real party. Wow, this place is so sweet. Is this the VIP flower? Yes, you could say that. Am I allowed to dance? Of course you are. Sweet. Listen, Miss Fortune, you need to find the white rabbit. A white rabbit? Why? It will lead you closer to the eternal happiness. Okay, I'll find it. Erstmal eine Runde tanzen. Und auf einmal sind die Hamster so groß wie sie verrückt. Ja. Wer weiß. Ah, you're cute. So cute. Is that strawberry use? Mmm, yummy. Mhm, Erdbeer-Saft. Excuse me, can you let me through? Hmm, okay. Oh no, Unicorn, what are you doing? Don't be rude now. What's happening? It looks like this hamster challenged my Unicorn to a dance battle. No, we don't have time for this. I'm sorry, but I can stop this now. You can do it, sweet Unicorn. You know, you know that I'm not so bad, yeah? Good. You know that I'm not so bad, yeah? Okay. You know that I'm not so bad, yeah? Oh Gott, Hilfe! Bin ich gut oder sowas? Gut. Sucky. Cute. Slow. Bad move. Perfect. Sweet. Great. You're on fire. Oy. Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Great. You're on fire. God. Great. Sweet moves. Shake that booty. Yikes forever. Super. I love you. Cute. Perfect. Sucky. Oh Gott, nice. No. Sweet. Great. You're on fire. Great. Bad move. Sweet moves. Yikes forever. Sucky. Ich bin nicht so gut. Nein. Mein Gehirn verarbeitet sowas nicht gut. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Bad move. Yikes forever. Sucky. Slow. Great. You're on fire. Oy. Great. Bad move. Oh Gott. Also so schön sieht das nicht aus. String mich mal an. Ich finde ich gute Summe. Sweet unicorn. Next time we win first place for sure. You were dazzling. I'm sorry to interrupt. But we really need to get going. The eternal happiness is still out there. Don't you want it? Oh yes. I really want it. Let's go. Oh, so cute. Is that sugar? Is that why they're so sweet? Yes. Mm-hmm. Sure. Why not? Oh. Genau. Zucker. Look. The white rabbit. Follow it. Yes. Achtung mehr auf den Takt ist viel besser. Ich habe es versucht. Ich bin echt nicht gut in sowas. Aber ich habe auch noch nie. Auch bei Quicktime Events bin ich nicht gut. Hey, you. On the other side of the screen. Listen. I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Miss Fortune really die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find the eternal happiness? I personally hope she does. Act normal. She's coming. Ich gehe mir mal was essen machen. Be right back. Okay, bis gleich. Oh, Miss Fortune. You made it. Congratulations. Thank you. Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness. Great. Because I'm not allowed to be outside this lake, you know? Don't worry. It's not far from here. Great. Look, I'm missing kid. I don't like this. Maybe I should go back home. Besides, I didn't tell mommy I went outside. Bye. Also, tschüss. Hier, Papilla. Yes. Alright, then. Ein gruseliges Bild. China sehen da alle sowieso gruselig irgendwie aus. Hello. Fantasmagoria is coming to open field? That's so awesome. Maybe we could find time to check it out later. Who knows? Wait. Don't play with my feelings now. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. Alright. I can't wait. Oh, no. Ah, das hatten wir schon. Nein, nein. Don't play with my feelings. Let's focus. Alright. I can't... Lucien Bane. Look, it's Benjamin from the hoots in the woods. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you, foxes are dangerous. Let me handle this. Benji, are you a wild, dangerous fox? No, Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. Alright. Hallöchi, Milchi. Na, Bane, wie geht's dir? Gibt uns eine Band, die so... Die so heißt. Funfact. Echt? Okay. Das ist cool. Oh, this is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Are we going to the park? Yes. Okay. Okay. Slow down, you fuck! Miss Fortune. What? Language. App. App. That's so cool. Oh. Oh. Mr. Voice? Yes, Miss Fortune? Has anyone reached the end of the game? And gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Would you like to try my sparkle? That's not necessary. Ha. Don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice! Oh, well, thank you. Anyway, let's go find the prize and make mommy proud. Yes. It says, don't feed the birds. Ah, okay. Hm. Die Bankgedichte lesen, ja oder nein? Wollen wir die weiterlesen oder wollen wir auch führen? Nein. Verfütter den Fisch. Ich weiß nicht. Nein, nicht lesen. Okay. Nein. Nein. Schau mal an den Seagull. Sieht wie Kevin's Vater. Wer ist das? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on and the police officer beat him with a stick. Fascinating. Remember that fish you picked up earlier? You mean Rodrigo? My fish friend forever? You should give it to the seagull. I'm sure it would appreciate some company. Hm. I guess that maybe that would be a fair thing to maybe do. I guess. Den Fisch abgeben oder den Fisch behalten? Also geben wir dem Fisch die Möwe oder behalten wir den Fisch? Ich weiß, Steve war ja vorhin schon viel, verfüttert den Fisch. Also gib. Okay. I hope this fish brings you as much joy and love as it did to me. That was very kind of you. Thank you. What? Oh no. Rodrigo is dead now. Of course. Siegulls love eating fish. Why didn't you stay something? Well, now you know. Isn't it fun to learn? I guess so. Voll fies. Ja klar, na los, ab geht's. So viel Zeit muss sein. Schau an mich. Ich bin auf dem Hohen. Hey, Horsi, stop it. Oh. Und Hallöchen, Seraph, hi. Das war schade. Sind Sie okay? Ich habe eine kleine Musik. Ich habe eine kleine Musik, weil ich mich so klein bin, bin ich. Natürlich. Sie sind wirklich klein und Sie können. Ich habe einen Arm verletzt. Ich habe einen Arm verletzt. Ich habe einen Schnapp. die kann ich nicht weil wir der ente unsere tanzkünstler zu zeigen oder soll die ente tanzen ist ein tanzduell so quasi aber wir können der ente jetzt unsere zeigen unsere richtig geilen tanzmoves oder wir lassen uns welche von der ente zeigen ich hoffe nicht dass die ente tanzen also ente tanzen lassen ja aber jetzt steht es halt 50 50 einer sagt selber tanzen andere sagt die ja siehst du xp ja ich weiß auch nicht was wir das letzte mal gemacht haben keine ahnung warten wir bis der andere wieder da ist ich glaube das dauert noch eine weile aber solange ihr hier ne und so gehe ich mal kurz auf toilette und solange könnt ihr euch ja noch überlegen wenn ich wiederkomme will ich eine eindeutige entscheidung haben wir wenn ich alles gut also ich bin erst mal kurz pipi machen und wie sie gleich wieder kaffee post ich habe das sogar noch drin wunderschön dann bis klein bisik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so was bleibt mal stehen wo soll ich stehen bleiben so unfähig dieses kind ja ist halt wirklich so ich kann halt nichts bei der ente hier bei der ente hier passiert auch sonst nichts weiter ja schon so ein bisschen die ente hat sie auch angepustet also vielleicht ist sie auch gerade drauf davor hat sie sich auch irgendwie keine ahnung irgendwas reingeschmissen wo sie dachte das ist jetzt pfefferminz wie bist du das haben alle leute die da rumlaufen solche masken auf ich glaube schon glaube schon was habe ich verpasst eine hardcore battle wie ob wir gegen die mit der mit der ente tanzen oder ob die ente unser uns nie weiter und zeigt wie sie tanzt so ja die haben hier im chat schere stein papier gemacht also dann auf geht's zum friedhof der kuscheltiere ja oder nein und hallöchen fränzen für deinen haust dankeschön ja no also wir haben zweimal ja und einmal nein also mehrheit gewinnt ja also ja bist du gerade glücklich ja oder nein nein also wir haben einmal nein zweimal nein und ich habe ein controller weggeschmissen zweimal nein okay controller läuft noch und glücklich also würde ich fast behaupten drei für nein vier für nein okay niemand ist glücklich fühlst du dich geliebt ja oder nein nein ja zwei für ja zwei für ja einer für nein ach kommt schon es steht gerade 2 zu 1 also ja okay das war zu spät das kam bei mir zu spät an ich fühl mich toleriert toleriert ist ungefähr dasselbe das war schon das kam bei mir zu spät an ich fühl mich geliebt ich fühl mich geliebt na süß nein ich habe nämlich gerade gedrückt und der delay ist aber halt so bei euch dass anschein keine ahnung paar sekunden sind ich habe in dem moment gedrückt wobei serif na also das umgeschwenkt ist es kam genau im selben moment den konnte ich nicht mehr abbrechen ausreden unfassbar das stimmt nicht das stimmt ready to find the prize of eternal happiness yes yes what is it i have hidden it in one of the graves i have to dig in a grave which one i'll give you a hint it's where the goldfish is buried the goldfish all right must I dig with my tiny hands yikes forever no use the shovel what shovel this shovel ah that shovel okay völlig normal passiert halt so ne übrigens hier wieder äh das kill monday logo ne this one says ihn will alle von von 沿 von und keines war ansonsten kommt die frage bei jedem grab jetzt machen wir das einmal so ein komplettes ding also entweder wir suchen jetzt das eine was wir wirklich brauchen oder wir graben einfach alle auf geht es auch ohne schaufel ich glaube nicht weil es das kommt sonst halt wirklich immer wieder die frage nein ach entehren wir einfach alle wieder so 50 50 eine sagt nein nicht alles auf kram der andere sagt einfach alles aufbuddeln so dass so das hallo sind sie da wird doch einmal so raus in den chat mach alle okay dann buddeln wir alle auf ich glaube auch ihr wollt immer nur das schlechte okay let's see little lulu the first bug to ever strangle a man alles aufbuddeln hier ah no prize how's the grave digging going miss fortune good i got this it said paul died doing what he loved it's in full yeah yikes forever look up just a bunch of little bones let's see roger the magpie never saw that window coming einfach alles weg buddeln hier ah no prize in here look this grave is available what do you want to do wollen wir die knochen von rogerie es unseren fisch beerdigen oder einfach das grab einfach zuschaufeln ohne ohne ihn zu beerdigen den fisch beerdigen ohne beerdigung den fisch beerdigen die enttäuscht den fisch beerdigen ich bin halt nicht alle so gemein sind wie du das bett den fisch beerdigen der fisch beerdigen die die Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. It didn't. My eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise Mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Oh, such a letdown. Look, there he is. Benjamin, did you steal my eternal happiness? Not cool. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Voll der Feigling. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin, you really disappointed me. Ich habe so ein Gefühl, dass der Fuchs nicht durchkommen wird. Oh, wer weiß. When unloved children in darkness search for what they have lost, for why they are in pain. Children in pain? Did you find something, Miss Fortune? Nah. You're imagining things. Wer das anscheinend immer nicht mitkriegt, ne? Hm. Who knows? Our eyes open, in case we see the fox. They know how to hide. All right. Oh, shake out the stone. It's different from regular stones, I'm telling you. I think you're right. The game of death is what feeds the shadows of the beyond. Huh. What does this mean? That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense around. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. Just a bit. I'll take it for you. Ah, there. That hole looks very much like where the fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes. Don't worry. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay. You sound very sure. I'll trust you. I wonder why Benjamin will steal my prize. Maybe he's not happy himself. But I knew that happiness myself and for mommy. Hello? Anybody down there? Erstmal reinstolpern. Prock. Ei, ei, ei. Oh. Oh, that was a pretty big fool. Hm. Hello? Mr. Voiced, are you there? Und schon wieder. Mm-hmm. Yeah. Sweet. I found a needle in a haystack. Wow. Oh, damn. I dropped it. Oh. I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Oh, there you are. What are you doing? Benjamin? So, sollen wir das Fuchsabwehrspray auf Benjamin benutzen? Ja oder nein? Sie sollte nicht missforschen, hässer, missgeschickt. Wow. Ja. Ja. Okay. Alle auf ja. I'm so sorry for this, Benjamin. Ai, my eyes. Wie kann ich nichts? What have I gotten myself into? She's such a mess. Maybe it was a mistake, choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Miss Fortune, you're alive and well. That's great. Yeah. Where am I? What happened? You sprayed fox repellent on yourself and passed out. There was quite a lot of vomit, too. Ew. Yikes forever. That didn't go as I planned. We still need to find a fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay. I'll just hang around. Er hat's gerade nochmal erzählt, was sie getan hat. Sie hat es nicht auf ihn gesprüht, sie hat sich selber damit angesprüht. Ins Gesicht. Ah, Mädel. Okay, da geht's nicht lang. Let's see what's new. Okay. Okay. Look, the zoo. You know, with the animals. I actually made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why? We take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Yeah, we're getting to need some. Oh, how did I get to the town center? I carried you here. But how? You're just a voice in my head. Just a voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything to you. Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Uh, wait. My shoelace. Mm-hmm. There. Did you see? I'm not just a voice in your head, Miss Fortune. Oh, what? Did you see? I'm sorry. I had a shoelace problem. Oh, let's just keep going then. Und sowas findet man in Google. Man findet alles bei Google. Hey, you look familiar. What? Miss, um, wait a minute. Is that Daniela Bambini? You know this child? Yes, from school. She told our teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. She probably ran away from home. She will turn up soon. You think so? Yes. Ah, okay. Hm. Wer weiß. Oh, hier, das kommt man auch angucken. Ah, those people in the picture look so happy drinking their heels. Mm-hmm. Mm-hmm. Da steht, Alkohol is a tool for relaxed communication. Alkohol is not a solution. Too much alcohol destroy your body. Okay. Okay. Mommy brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hacks strangers by the dumpster. Is that so? Mm-hmm. What do you want to do? What do you want to do with the gold market? We will get her back or get her back? Parents of the Year. Yeah. Clown. B, zurückgeben. Wir haben einmal Clown, einmal zurückgeben. Ich gebe es ihm zurück. Okay. Dann geben wir es zurück. Wait, sir. You drop your wallet. Ich habe alles kaputt. Oh, schade. One time, Mommy took me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. Is this for me? A lottery ticket? Cool. Thank you. Well, have a look. Is it a winner? No. No. Ah, pff. No win. Maybe next time. Ah je, hier kann man diese Happy Face Masken kaufen. It says, let's face it. Sometimes we're just too tired to smile. Use Happy Face and stop pretending. Okay. I know who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while, though. Oh, Alter, wie viele Kinder. Okay, das sind aber auch ein paar. Look, even more missing children posters. Das sind aber wirklich doppelt. So many. I wonder why they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Here we are. Have you ever taken the bus all by yourself before? No, I haven't. I'm not sure what to do. Do I need a ticket? Let's find out. There's an information board. Mr. Voice is the mastermind. Ah, look. We have to wait two minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved and that Benjamin should be ashamed. That sounds great. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm eight, so I'm good. Great. Hmm, now that I think about it, maybe you'll need a bus ticket. You sound old. Ah, I'm definitely older, but nobody can see me. Ah, okay. Are you like 20? Yes, more or less. Ah. Hmm, 20. Should I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Can we just do something else? Oh, I'm going to do something. Excuse me? How dare you? Where is the puppy? Did you take the puppy? When should pet puppies not take them in? Who knows what? I don't know. Do you? Um, okay. Okay. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses the same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Nah, maybe. I don't know. The bus is here. Okay. Hmm, this bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, Kiribadokodassuka. You're really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Kiribadokodassuka. Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. Oh, that's so cute. Ew, that's a little poo crap. Run for your life, little baby cow. Did you see that baby cow? Unlucky things seem to happen all the time. I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Yeah. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh, dear. I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to get inside? You know, without paying? Hmm. I saw mommy showing her boobies to the guy in the store, and she got some free food. But I haven't got any titties yet, so that might not work. I see. Oh. I have an idea. Okay. What if we use diversion? Hmm. What does diversion mean? Well, make the cashier look somewhere else, you know. Fool him. Okay. Let me think what I can do. A wolf. Come on, pet the wolf. He looks really sweet. Just wait and see, Miss Fortune. Wait and see. Yeah. 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 Okay. I'll wait and then I'll see. Huh. They know about the missing children here. Huh. They know about... Huh. Any tickets to the zoo? Ew, yucky. No tickets. Only yucky. Okay. This is breakable. Like, like, like with a rock or something. Like, like a stone. Hmm. I think I came up with an idea. What if... ... ... ... ... ... Wölfe sind cool, das stimmt. Aber einfach mal so einen Wolf streicheln, ich weiß nicht, ob das so nett ist. Also wir können das Fenster zerbrechen, um in den Zoo zu kommen, oder wir können lügen. Erst die anderen. Ich bin Fenster, ich sehe nur Scherben. Also müssen wir Fenster kaputt machen. Zerre, für was bist du? Gut, zerbrechen. Okay, dann zerbrechen wir das. Zerbrechen. Ja. Ja, gut. Na, 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 ich war das nicht. So einfach, so ganz auffällig dran vorbeigehen, so. Mhm. By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Ah, thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin Scartin is a wolf? Yes. Remember, he knows where the fox lives. All right. Look, Berina, Mom. Oh, what? What did you say to me? Give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune. Watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh, dear. We need to get your happiness back as soon as possible. It says the Nam Nam Parrot. This kind of parrot lives across the entire world. They talk much, but say very little. They usually work together with human pirates. Natural-born thieves. Founders of the Liberation Front. Huh? Mean birdie, Nam Nam? Okay. Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Okay. It says, Owl Deluscious. Owls normally hang near libraries, bookstores, and coffee shops. Although they seem incredibly smart, their huge self-centered lifestyle drives them to gather useless information. They live off a pension. They live off a pension. Oh, funny bird. It says, I find the description also super. Sollen wir Vogelfutter klauen? Ja oder nein? Also einfach ein bisschen was mitnehmen oder nicht? Ich bin irgendwie müde, dann leg dich hin. Verkriech dich ruhig ins Bettchen und keine Ahnung, mach den entspannen. Ja oder nein? Jetzt aber ja und nein. Irgendeiner muss jetzt hier die Entscheidung fällen. Nein? Okay. Den klauen wir kein Vogelfutter. Vielleicht kann man ja nachher einen Vogel einfüttern. Aber ohne kann man ihn auch verändern lassen. Das ist gemein. Okay, auf zum Wolf. Ja, ich fühle mich wirklich anwesend. Wie viel. Was ist passiert mit mir? Ich rieche Hormones. Wachst du dich in dir. Was? Hormones? Nein, Hormones. Ah, okay. Was ist das? Ihr Körper ist bereit für Leben in dir. Ihr bekommt viele neue Gefühle, die komplett normal sind. Ah, okay. Und du bleibst für drei bis fünf Tage aus der Vagina. Eww, das ist für immer. Oh, er riecht die. Ja, ich riecht die, Frau Fortuna. Ich habe am Anfang gesagt, der Erzähler ist äußerst merkwürdig. Das stimmt. Trinken. Ich wusste eben schon mal auf Toilette, ja? Willst du, dass ich schon wieder auf Toilette muss? Das stimmt. All right, I'm ready. Let's do this. Look, the bear in the picture is sucking a popsicle. It looks like it's strawberry flavored. Mmm, yummy. Like a little ninja lady. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No! Why? That's what the ninjas do in movies. I've seen, like, all of them. Don't tell mommy. Well, this isn't a movie, so... Just do as I say, which turns around. You can jump out and keep moving. All right, then. It just looked a lot cooler on TV. I'm like this. She's from Logan Master. She never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box that has been lost. You better watch me, when I nail this one. I'm having a lot of fun. You better watch me, when I nail this one. We're getting pretty close. This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes. So, you know? Yes. Oh, look! It fits! The path to Sanar City is twisted by the malevolent games from the beyond. What? A path twisted to where? Don't pay any attention to these silly rocks. Hmm. Okay. Here we are. And nobody saw us coming. You rarely proved your ninja skills back there, Miss Fortune. But I'm pretty sure I was the best at hiding back there. No, that doesn't count. You're not a little lady like me. You're just a boy. Oh. You'll see. I'm much, much more than that. However, now you should go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pet it, and get Benjamin's address like a ninja. It's locked. I need a key for this. Yes, you do. Oh, okay. Look, there's a note. It must say where the fox lives. We need to take it. I-I can't reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You'll see. Hello. Are you Benjamin's cousin? You know, that fluffy fox with the most dearest big blue eyes? Huh? I don't know anyone called Johnny. Who's that? I'm talking about Benjamin. He's this sweet-looking fox that ended up stealing my happiness. I'm not that into him anymore. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Miss Fortune. Ah, alright. I'll be back, Wolf. And we'll sort this out about Benjamin. Hm, okay. Do you think there could be a king there? I don't know. Let's go and see. Quietly. Like a little ninja, got it. Like, little lady, Miss Fortune. In a wolfs-Käfig gehen. Best Idee. Yeah, yeah. Und den Wolf streicheln. Little ninja lady has entered the room. We need to find a key now. I told you already. I'll find it. You'll see. Watch and learn how to find a key. Any keys inside the bucket? Meh. No key inside, but you know, these boots are made for walking. And that's just what I'll do. Miss Fortune. Focus. Okay, okay. I'll check those buckets. Look, I found a paper with some numbers on it. Keep it. It might be helpful. Okay. It says, Oh god. Yeah, genau. Huh. A secret inside? I see. Okay, the dragon has five, but we only got four. We got it. Is there a king here? Cool. Another doll. When broken hearts are chosen, to receive the gift from the beyond. A gift, you say? Nothing. Do I smell tea? Fancy! Okay. You think we can find some information in here about the key? Sure. I don't- Check out my computer skills. I bet the password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. Sex, sex, sex. Nee, I think that doesn't work. Oh yeah. Miss Fortune Ramirez Hernandez is a computer scientist. You really surprised me. A private chat? Let's see what it says. Popsicle? Oh no. Is that a code for... Is that a code for... Is that a code for a code for a? Is that a code for a token Wow. ich vergesse das sonst wieder 27 581 oder ich schreibe das ok dann danke schön so dass halt halt was halt halt wie war was halt was denn das ich weiß gar nicht was dieses d ist gleich ist gleich ist gleich die soll also heißen soll ich weiß gar nicht was du meinst also keine ahnung ich habe keine ahnung was du meinst 27 581 danke schön lassen wir das mal so stehen ist auch schon gemeint wenn man sein kind miss fortune nennt oder okay kommt jetzt gehen wir hier den den tollen wolf streichen es ist es kann es loppen also known as the big bad wolf his favorite snack is red hooded little girls that's silly remember the missing children maybe he's behind it all you think he's eating the children who knows you're right we should call the cops on him no we don't want to get involved with the police okay ah uh-huh time to meet the wolf let me pet you i'm a nice person wolfie ah damn it what scared him away why can't a little lady respect the wolf oh that was unexpected not to me animals usually run away from me that's too bad okay the note is right there i'm gonna take it du du blödes kind du willst sie aber auch leiden sehen oder du blödes kind du wirst ja 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 Sie liefert dann genug Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ja, ihr dürft wieder entscheiden. Haben wir diese Frage schon mal vorher gehört? Kommt sie uns bekannt vor? Ja und nein. Tja. Ich bin mal kurz auf Steves Seite gekommen. Na, du meinst diese Frage? Ja, ich habe die Frage nicht vorher gehört. Okay, zweite Frage. Hast du schon jemals einen Freund angelogen? Ja oder nein? Im Ernst? Das hat er nicht gefragt. Das stimmt. Ja. Was ist los, oder? Ja gut, dann gehen wir hier weiter mit Ja. Ja. Hast du jemals jemanden sterben gesehen? Ja oder nein? Nein. Geht so, dass ich... Jetzt, jetzt ist es hier wieder... Okay, ja. Okay. Okay. Ich sah Grandad die. Es war sehr calm. Nicht wie in den Filmen. Es war anders. Ich sagte ihm zu kommen, wie ein Geist. Aber er hat es noch nicht getan. Danke für Ihre Honestheit wieder, Miss Fortune. Mhm. Ihr willkommen. Wir sind sehr nahe zu Phantasmagoria jetzt. Ja, ich kann es hören. Exciting. Wow. This looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Please, don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. Was ist los so da? Das Gesicht. Gut. Ein bisschen creepy. Now, let's go find a boat to the fox, remember? Mhm. A ghost! Damn, that's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. A creepy clown? That's creepy. Oh, Balloons. I love Balloons. Just so you know that I love Balloons. Ach, nix. Hey, erzähl! Erzähl ruhig, was ihr auf dem Herzen liegt. Miss Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her, alright? Ah, er trefft die richtige Scheidung hier, ja? Hm. I just have one ticket, so I can just... I'm gonna look around first. Alright. Eww, you know, once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now, I don't want to eat hot dogs. Good. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shot my eyesight and see nothing. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. The meme children have supposed to say that I have a pumpkin head. I can see the resemblance. The what? Nothing. Huh, okay. Also, wir können mit dem Einhorn-Karussell fahren oder mit der Gruselbahn. Mit dem Gruselding hier ins Horrorhaus. Und ihr dürft jetzt mal kurz entscheiden, wo wir rein sollen. Ins Gruselhaus oder... Äh, hier auf das Einhorn-Karussell. Karussell. Grusel, auch wenn das Einhorn verlockend ist. Okay. Karussell. Ich wäre für das Gruselhaus. Okay, Gruselhaus hat zwei Stimmen. Und das Karussell eins. Und Hallöchen Freaky. Wollen wir's essen, ja oder nein? Nein. Und danach, je nachdem, äh, gehen wir ins Gruselhaus. Essen, ja oder nein? Freaky sagt nein. Was ist mit dem Rest? So das? Steve? Was denn essen? Sorry, war... War nur nebenbei. Ähm... Sie hat Süßigkeiten aus dem Mülleimer geangelt. Und, ähm... Ja, jetzt die Frage halt, sollen wir die essen oder nicht? Na, aber sofort. Okay, jetzt haben wir eine Stimme für nein und eine für ja. So das? Es liegt an ihnen. Essen, ja oder nein? Nö. Langweiler. Na gut, der nicht. Ey, oh no. Yikes forever. I was just kidding. Ah. You almost had me there, Miss Fortune. I'm a funny little lady. Was denn? Ey, du hast doch nö geschrieben! Okay, dann gehen wir jetzt aber ins Horrorhaus. Oh, sweet. That hunter house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? Ja. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Ich merke so lange, dass die böse Seite verloren geht. Ja, ne? Irgendwie schon. Ich fühle mich so gut. 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 Aber der Räu hat zu schnell. Es war Spaß. All right, gut. Take a deep breath. Und dann wird es besser. Okay. 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 I'm okay. Heya? Hmm. Hm. Oh, please do play it. Play it as much as you want. Really? All right. Well, check this out. Now with real pallets. Jetzt wird echt ein Kugel. Hallo. Krass. Wir haben ein bisschen kaputt gemacht. Oh. Oh. Mann! Das ist sowas, ne? Mann! Das ist sowas. Ja, super. Toll, danke. Ja, komm noch mal. Was? Immer noch nicht? Mann, ich brauch glaub ich so'n Reward. Und ich kann das mit diesen... nicht. Jetzt, äh... So und nie. Ich glaub eins reicht, oder? Äh. Oh, hier ist mein Blick. Oh, Miss Fortune. Ich bin sorry über den Ballon. Keine Worte. Danke auch. Sweet, ein Fortuneteller. Kann ich das versuchen? Ähm... Oh, ich frag euch ja jetzt nur sehr ungern, aber wollen wir das Ticket, was wir gerade gewonnen haben, benutzen oder nicht? Ihr wollt mich nur leiden sehen, ob ich noch mehr Tickets holen muss. Was? Ja, nein. Ja. Oh Gott, ey. Ich hasse euch. Oh Gott. Ja. Ich bin Miss Fortune Ramirez Hernandez. Und ich möchte mich wissen, wie ich mich für heute wissen. Bitte. Wollen wir es nochmal versuchen? Ja, ja, okay. Ah, okay. Ich muss jetzt Tickets holen, aber bevor wir das machen, gucke ich hier erstmal rein. Jetzt ist die Frage, sollen wir alles davon holen? Oder nicht? Alles? Also brauche ich 5, 6, 7 Tickets. Oder? Mit der Wahrsagerin nochmal sind es glaube ich 7. 8 für den Wahrsager sogar. Oh Gott, ich hasse euch. Mann, ich kann auch sowas nicht gut. Und ich kann halt nur hier die Tickets kriegen. Nein. Nein. Nein, Samba. Nein. Nein. Ah, ich hasse das. Ihr wollt mich echt quälen damit. Ihr quält mich damit echt, ne? Ja. Und nochmal. was hast du dann erwartet dass du hier einfach durchspielen kannst ja ich wollte damit heute noch fertig werden aber hey die hälfte haben dann streng ich meine ich streng mich doch schon an ich habe Okay. Do it. Ja, einmal noch. Sorry. 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 Head down. Sorry. Head down. Ah, wir haben es geschafft. Check that out. I want all their award tickets. I'm awesome. That's really impressive. I know, right? So, dafür, dass ihr mich jetzt gequält habt, gehe ich nochmal auf Tonnet. Wir sehen uns gleich wieder, ja. Ich lasse euch das hier kurz an und verschwindet nochmal kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hab' dich gerade eher sofort in der Mitte. Und dann schauen wir uns gleich wieder. Okay. 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 Und dann wk- Just dann wieder ein reit. Okay. Nice. Okay. Jetzt. Und dann geht's das. Da. Da. E cells. Da. Da. Dad. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann lass es dir gut schmecken, ne? Okay, sollen wir Benjamin folgen oder in der Hütte bleiben? Eure Wahl. Ihr dürft wieder entscheiden. Folgen? Weißt du, jetzt ist Steve, du bist manchmal auch merkwürdig. Weißt du, jetzt wird es so, keine Ahnung, Hunter-mäßig so. Sie könnte in der Hütte bleiben und wahrscheinlich zu Opfer werden oder so. Und du so, ah ne, doch nicht. Ich weiß eh schon, was passiert bei so ziemlich jeder Entscheidung. Ich auch. Ich auch. Ich habe es bisher nicht nur einmal gespielt. Ich habe es einmal im Stream halt selber gespielt. Ich habe es privat nochmal gespielt, weil ich die Achievements haben wollte. Und du spielst jetzt quasi mit dem Chat nochmal. Deswegen dürft ihr gerne entscheiden. Da wir aktuell... Ja, ich habe halt keine Ahnung. Ja, du hast folgen gesagt. Also folgen wir den Fuchs. Ich will aber das Schlechteste. Na gut, dann folgen wir ihn. Ich habe das Schlechteste. Ich habe das Schlechteste. Ich habe das Schlechteste. Ich kann es nicht erreichen. Ich bin eine kleine Frau, du kennst. Aber es ist auch schon wieder eine Weile her, wo ich das gespielt hatte. So eine klare kleine Frau. Ich habe das Schlechteste. Zeit, meine Ninja-Skiller. Na, wie geht's dir? Ja, so eine kleine Szene. Ja, das ist so gut. What kind of fish balls? This is like sushi balls. Huh, it's locked. Hmm, a picture of a key. Interesting. My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Hmm, a real ninja lady always touches everything. A secret button. Am Ende des Monats kaufe ich mir dann einen anderen Stuhl. Und der hier fliegt auf dem Sperrmüll. Aber gut, ouch. Ja, aber ich habe sowieso eigentlich immer Rückenschmerzen von daher. Sollen wir den Knopf drücken, ja oder nein? Push the button. Weiß ich ja, ich kenne dich schon ein bisschen hier genau. Alright then, I push the button. Wenn es hinten weht, musst du vorne aufhören und damit Hallöchen Nemo. Hi. Das war leicht. Weißt du gar nicht, als du das letzte Mal gespielt hast. Stimmt, das ist aber auch schon... Ich glaube, das ist schon fast ein Jahr her, ne? Alright. Time to find my day. Oh. Oh. Oh, no. I hope things get better. When I got the eternal happiness. Okay, Miss Fortune. Which one is this? Ja, so sieben Monate bestimmt. Ich glaube, das ist wirklich sogar ein Jahr her. Ich habe das irgendwann letztes Jahr gespielt. Es war nicht dieses Jahr. Ich glaube ich. Ui, hm. Und ich dachte mir heute so, ja komm. Spielen wir das mal. Glaubst du, dass ich dich stoppe? Geh auf, Miss Fortune. Du kannst es machen. Weil... Und eigentlich wollte ich es ja am Wochenende machen, aber ich habe es ja nicht geschafft. Weil... Genial, sinnlos, ja. Du bist die kleine Frau, Miss Fortune. Weil einfach nur Buttons smashen. Okay, ich bin wieder weg. Wer hier ist? Bungie? Mr. Voice? I guess I'm alone. Hallöchen, du real Exe. Hi. Na? Alles gut bei dir? Oh, ein Baby da. So sweet. Bei dir muss gestreichelt werden. Ja. Hm. Dream come true. I'm betting the baby there. Ich muss gerade nebenbei eine Überweisung machen. Dann lass dich davon nicht ablenken. Ich glaube, wir waren schon recht weit am Ende, ne? Are you around? He must be in trouble. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please stop playing games. You have lied to me all the time and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children. And I... I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. Now, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Freaking monster. What is that for a game? This is from Kill Monday. They have also Fran Bow made, if you say something. And... Yeah. I don't know how to describe the game the best, but it has a lot of sarkasm. And... I... 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 when... All right. I guess I'll take that train back home. Okay, ich werde hier warten, warte, warte, warte ein bisschen Zeit. So, Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. And I like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Genau, das ist halt hier wirklich hauptsächlich rumlaufen und Entscheidungen treffen. Wow, das geht mit Gamepad ja so richtig beschissen. Warte mal, hier. Ich nehme mal kurz die Maus. Wobei das jetzt auch nicht viel besser ist. Wunderschön, wie ich ausmalen kann. Reicht, oder? Weiter ausmalen. Der Stift hat vier Farben. Du, das ist ein Multicolor Stift. Der kann alles. Alles weiter malen hier. So ein bisschen zumindest. Liesst du mal weiter oben? Ne, ich kann ja hier nur weitermachen. Ich will das hier erst ausmalen, ja? Ey, ich kann nicht mal weitermalen. Manu. Ich bin dran, Mann. Du hast schon mal schon mal gesehen. Hast du schon mal Stanley per Ravel gespielt? Wär doch mal was. Ne, hab ich nicht. Ich hab das Spiel, glaube ich. Ich weiß, Hiro. Was bedeutet das? Es ist der Monster. Gib Hiro allein. Sollen wir Hiro helfen oder einfach die Augen zuhalten? Schnell, schnell! Hopp, hopp! Und ja, Stanley Palabra, gutes Spiel, äh, gutes Game. Weiß nicht, ich hab's nur mal bei jemanden zugeschaut. Aber ansonsten... Noch nicht so viel gemacht. Helfen! Augen zu, okay, jetzt hier, eins, eins, so. Der eine ist für Helfen, der andere ist für Augen zu. Los. Ich kenn das Game nicht, um Einfluss haben zu wollen. Du kannst einfach ruhig... Mach ruhig einfach mit, das ist kein Problem. Die Lore bis jetzt... Braucht man, glaub ich, nicht. Vielleicht ist das ja ein Arsch. Aber vielleicht auch nicht. Es liegt in eurer Hand. Was wir machen. Kasu? Kasu, du, dein entscheidest du! Ich will nur sagen, am Anfang des Games habe ich vielleicht so fünf bis zehn Minuten gebraucht. Wenn du es mal gespielt hast, zumindest den Anfang hinweg, ähm... Sag ich dir, was ich meine. Oh, ja? Helfen! Okay, dann helfen wir. 3, 3, 3, oh scheiße. Oh, meine Hand! Ne, jetzt helfen wir. Mom! Hiro! Hehehe. Besser zu wissen, was passiert ist, ist langweilig, Einfluss darauf zu haben. Gern, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Hm, das hatten wir eigentlich alle schon. Ja, Dose treten. Okay, reicht. Oh, wow, Nemo. Oh, wow. Ne. Huh? Wo ist das Auto? Ist Daddy wieder weg? Dein komischer Pipipool ist auch weg. Das war kein Monster, das war Michael Jackson. Der war mies, der war mies. Was haben die alle für einen Harmen? Ja, okay. Ich glaube, ich muss das auch mal spielen. War das nicht bei Twitch Prime dabei? Ich habe keine Ahnung, ich habe es auf Steam. Ich habe es mir mal gekauft. Aber es ist auch nicht so treuer gewesen. Ich habe es nicht so treuer gewesen. Wait, stop talking, bitte. Are we going to play another game or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal and I say yes. Stop ruining this. Oh, eternal happiness, no deal. Wonderful, fantastic. Ready to, wait, what? No deal, no, no. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play alone. Sure, sure. I promise you know the way. Wobei, ähm, ich schaue gerade, wenn ich kaufe, ich es mir bei Nemo. Das ist, glaube ich, aktuell im Humble Bundle drin. An dem Monthly Humble Bundle müsste das, glaube ich, drin da sein. Also, wenn ich dann hol's dir da, dann kriegst du noch ein paar mehr Spiele für den Preis. Wäre so ne Idee. Also, ich bin der Meinung, es war dabei. Oder war es vom letzten Monat, das? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Müsstest du mal nachschauen. Ähm, du spielst echt immer so ganz besonders tolle Games, die meinen Charme treffen? Ja, das freut mich. Ich hab übrigens gesehen gehabt, ähm, Kazu, hier Old Man's Journey gibt's auch fürs Handy sogar. Das, was wir letztens gespielt haben, wo wir noch gerätselt hatten, so ein bisschen so, dass es ja theoretisch auch ein Handy-Game sein könnte. Und ich hab's letztens sogar im App-Store gefunden. Also, das gibt's auch als Handy-Game. Mit dem alten Mann, genau. Genau, das gibt's auch als Handy-Game. Hashtag Werbung, ja, wär's schön. Ich darf ja auch Geld kriegen, würde, aber ist leider nicht so. Ähm. Was ist mit den 500k in dem Koffer und warum null Deal? No Deal, keine Ahnung. Wenn Mr. Boyz mich wieder schraubt, werde ich hier ran und schlafen. Okay. Huh, ist das eine neue Dance-Song? Ganz hört sich irgendwie komisch an. Ich habe ein bisschen Angst, dass Mr. Boyz das Monster in meinem Kloser ist. Ich muss ja noch Besat spielen, ich will nicht. Uh. Okay, ich werde nur sein Spiel eine letzte Mal spielen. Ganz normal. Ja, ja, natürlich, ganz normal an. Die MCI. Oh mein Gott. Oh nein. Nurag, du sprachst, er wird nicht wie das letzte Mal. Das war ein schönes Beispiel. Of cause und effect. Na, du liefst zu mir. Ich will nicht mehr spielen dieses Spiel. Oh, ein neues Spiel. New game. Knock, knock. Who's there? No, I don't want to play with you anymore. Knock, knock. Who's there? You're scaring me, stop it. Leave me alone. Kann man eben die Tür aufmachen? No. Schade. Knock, knock, knock. Who's there? Knock, knock. Knock, knock. Who's there? Knock, knock. Knock, knock. Who's there? What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Knock, knock. Who's there? Knock, knock. Welch wunderbares Spiel. Ja, das ist ein schönes Spiel. Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. Mom, I told you already. I don't want to play with you anymore. Oh, sweet unicorn. Please take me to your rainbow kingdom. So now we're playing hide and hide. Seek. I love, knock. Knock, knock. Knock, knock in heaven, stop. Yeah, it's so unheveled, stop. Stimmt. Das Grinsen des Einhornes. Bisschen creepy. Das Einhorn ist das Beste. Wunderbares Einhorn. Du bist meine Meinung zu spielen für die Eterne. Ich bin zufrieden, dass du ein Bulli bist. Du siehst, Benjamin wird zurück und schützen. Nein, wir haben ein Problem gemacht. Du hast den Weg überrascht und jetzt bist du meine Meinung. Vor allem, wie ist aus dem Einhorn plötzlich ein Teddy geworden? Wie bist du hier? Es gibt nichts, was du tun kannst. Sie gehört zu mir. Töte sie, sie ist eh nutzlos und tollpatschig. Die Anime-Mucke. Ich finde die Mucke okay. Ich bin dann mal weg. Ich will mich nicht weiter spoilern. Kein Ding, Nemo. Kein Ding. Bis dann, ne? Und ich wünsche dir viel Spaß noch bei dem, äh, bei dem Spiel, wenn du es selber spielst. Du musst nicht passen. Du musst nicht passen. Du musst nicht passen. Ist alles wieder normal sein? Benjamin, schau mich. Benji? Bist du mit? Okay, warte. Sagt das noch jemand fetzt voll? Oh, sorry. Ich weiß nicht. Manchmal schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss das zeigen. Ich werde einige Veränderungen machen. Aber erst möchte ich Benjamin finden. Benjamin? Sieht aus? Morgo ist gekommen. Öffne deine Augen. Er ist die Musik in deiner Hände, der dich verrückt. Bei einer Herr-der-Ringe-Anspielung, falls es nie verstanden wurde. Okay, alles gut. Jetzt weiß ich, was zu kommen, Mr. Voice. Benjamin? Wo bist du? Wo ist denn unser kleiner, süßer Fuchs? Oh. Oh. Benji? Sie fällt aber auch immer drüber. Ja, es ist halt wirklich so. Hey, Bob. Momlin? Kannst du zurück, do you have to go? Ich habe noch mal drüber laufen. Hab ich jetzt nicht ausprobiert. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr rein. Momlin? I am back. Momlin, do you ignore me? Are you angry, because I couldn't get the happiness for you? ist sie tot erklärt es dir das hier gerade mit der glitzerflasche hier auf dem boden es ist nur zufall genau oh 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 Du bist zurück. Ich dachte, ich habe dich auch verloren. Was ist das? Was ist passiert? Wir müssen gehen? Okay. Warum? Amy, warte. Ich bin so klug. Weil ich nichts dagegen habe, aber ich muss mit meiner Mutter zu sprechen. Zusammenreißen, nichts zu sagen und zu fühlen. Ja. Ich liebe dich immer. Sehr gesprächig, der Kumpelfuchs. Ich glaube, reden ist nicht so seins. Verdammt, jetzt wird es emotional. Manu, hm. Das stimmt. Ich habe eine Tasse gefunden mit einem Fanart von ihr, beziehungsweise einem Spiel. Ich schicke es mal auf den Discord. Ja, kannst du gerne machen. Zum Glück bin ich empathielos. Ja, okay. Hündchen. So, im Allgemeinen. Ich gucke da nach dem Stream mal nach. Oh. Hm. Und ich hätte süß gemacht, dass hier so auch die Anspielungen von, von der Ammon-Dafurien-Game mit drin sind. Oh, das ist wirklich kalt. Ja, Hühnchen strecheln. All around disasters seem to disappear, deep inside the fog you defeat him. Huh, I guess Mr. Boy's game is over now. Benji? Yeah, foxy. Good. Step inside. We were expecting you. You have to explain to me what difference the other end has. I will not play it myself. The difference is not so much different. I have to explain to you. That is, I believe, the Zähne, which is now coming. That you will not have later. That is really a small Zähne. The Zähne has already done a joke with the League Champion. Because of Miss Fortune. I will show you the Buy of Etsy-Fans an. Oh. Viel Spaß dabei. Goodnight. Okay. Das war der Unterschied. Und damit sind wir jetzt durch. Die Mutter hat jetzt quasi das ewige Glück bekommen. Scheiße. Nein. Was? Nein. Das ist das, was wir alles eingesammelt haben. Wir hatten halt den Baum voll. Und deswegen haben wir jetzt noch das gute Ending bekommen. In Anführungszeichen das gute. Jetzt hat es mich doch gekriegt. Das Game ist so krass. Ja, das stimmt. Ja, also Fazit besser als erwartet. Na ja, obwohl ich immer noch das, äh, alles Schlechte wollte, daran noch das gute Ende bekommen. Ähm, das gute Ende ist quasi davon abhängig, sie hat ja ihren Glitzer, mit dem sie Sachen ansprüht. So. Wenn du die alle hast, dann hast du das gute Ende. Oh ja, ist ein schönes Spiel. Oh ja, ist ein schönes Spiel. Jetzt, ähm, habe ich das Versprechen auch endlich mal eingelöst, das nochmal zu spielen mit euch. Oh ja. Definitiv aber auch nicht so ohne. Hm, das stimmt. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, knapp drei Stunden gebraucht. Oder? Wie lange bin ich schon live? Einen casualen 100% Playthrough gemacht. Mit euch. Mit euch. Den 100% Playthrough quasi, den gab's ja schon. Der ist ja auch immer noch online. Ich hab das geheileitet. Knapp vier Stunden. Du streamst ja seit, äh, naja, aber guck mal, ich hab ja davor ein paar Minuten noch gequatscht gehabt. Also, so nicht ganz dreieinhalb Stunden. Ja, aber guck mal, 3, 3, 3. Ist die Elfte von 6, 6, 6? Hm. Mysterieös. Und auch das hatte ich vorhin. Gruselig. Ja. Das Spiel spielt mit deinen Gedanken. Und jetzt, äh, Jump King? Was? Jetzt Standy Play Rable? Nee. Jetzt mal hier aus. Dafür kommt eventuell Freitag nochmal was. Bin mir aber noch nicht sicher. Ansonsten Fest halt Sonntag. .